In dieser Auftaktgründgebung sprechen jetzt die beiden Vertreter der bundesweiten Koordinierungsgruppe der Montag-Demonstrationsbewegung zu uns. Es sprechen also die Ulga, Servay und der Fred Scherbacher. Bitte sehr. Liebe Montagsdemonstranten, liebe rebellische Jugend, couragierte Frauen, Umweltschützer, Antifaschisten und Revolutionäre. Herzlich willkommen zur sehnten Herbstdemonstration der bundesweiten Montag-Demonstrationsbewegung. Wenige Kilometer von hier finden die Koalitionsverhandlungen zur neuen Bundesregierung statt, die sich offensichtlich schwierig gestalten. Doch das soll nicht unser Problem sein. Offensichtlich hat sich noch keiner getraut, es mit uns und dem Widerstand auf der Straße aufzunehmen. Immerhin haben wir schon drei Bundesregierungen überlebt. Jetzt auch die FDP. Am meisten werden die Parteien sicher darüber grübeln, wie sie es den Menschen in Deutschland verkaufen, dass von ihnen, von ihren Wahlversprechungen nach der Wahl nicht mehr viel übrig bleibt. Wir auf jeden Fall erklären der neuen Bundesregierung von hier aus, mit uns habt ihr weiterhin zu rechnen. Wir kämpfen für eine lebenswerte Zukunft für uns und unsere Kinder und gehen auf die Straße, bis die Hartz-Vier-Gesetze vom Tisch sind. Denn unser Protest gegen die Hartz-Gesetze ist immer noch hoch aktuell. Seit 2004 ist die Zahl der von Armut Betroffenen rasant auf 30 Millionen gestiegen. Die Kinderarmut hat sich seit der Einführung von Hartz-Vier verdoppelt. Fast jeder vierte Arbeit teutelt in Deutschland im Niedriglohnsektor. In Europa wird das nur noch in Litauen getoppt. 1,3 Millionen Menschen müssen trotz Arbeit noch Hartz-Vier beantragen. Obwohl fast jede zweite Klage-Gesetze, das heißt Kürzung, das ohnehin schon minimalen Hartz-IV-Satzes teilweise oder ganz erfolgreich ist, sind die Leistungskürzungen auf einem Höchststand. Diese Montagsdemonstranten, seit wir uns vor einem Jahr hier zur neunten Hartz-Demonstration getroffen haben, sind in Europa eine Million Menschen mehr arbeitslos. Besonder Hartz ist es die Jugendlichen. In Griechenland sind über 60 Prozent der unter 25-Jährigen arbeitslos, in Spanien über 50. 43 Millionen Menschen in Europa können sich nicht mehr alleine ernähren, sind auf Suppenküchen und Lebensmittelspenden angewiesen. Während gleichzeitig die großen Lebensmittelkonzerne die täglich trotz von Lebensmitteln wegwerfen und Lebensmittel zum Spekulationsobjekt geworden sind. Mit einem europaweit koordinierten Krisenprogramm werden Monopolen und Großbranken und Milliarden zugeschoben und die Folgen der Weltwirtschaft und Finanzkrise auf die Bevölkerung abgewälzt. Das fordert unseren gemeinsamen und koordinierten europaweiten Widerstand. So müde wir darüber sind, dass die immer mehr Menschen in Deutschland in Armut gedrängt werden. So stolz sind wir auch über die Ausdauer und Konsequenz unserer Bewegung. Seit neun Jahren bringen wir in heute noch über 80 Städten Montag für Montag den Protest gegen die unsozialen Hartzgesetze auf die Straße. Das ist einmalig und verdient eigentlich ein Eintrag ins Kindesbuch der Rekorde. Wir fällen mit Ruf und Recht behaupten, dass wir dafür gesorgt haben, dass die Hartzgesetze nicht aus der öffentlichen Debatte verschwunden sind und die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland sie abdehnt. In vielen Städten sind unsere Montagsdemos erster Anlaufpunkt für soziale Proteste geworden. Es sind neue Montagsdemos entstanden, wie gegen Stuttgart 21 oder auch hier den großen Flughafen der Libra vor Ort. Es ist inzwischen üblich, dass man montags auf die Straße geht. Trotz zahlreicher Sprechungs- und Diffamierungsversuche, gerade auch in den ersten Jahren unter Bewegung, gibt es uns weiterhin als bundesweite Bewegung und feiert die Herbstdemo heute ihren 10. Geburtstag. Uns allen dazu herzlichen Glückwunsch. Garant dafür waren unsere Prinzipien, an denen wir immer festgehalten haben. Die Überparteilichkeit, die finanzielle Unabhängigkeit, die demokratischen und offenen Abstimmungen auf der Straße, die solidarische Streitkultur. Das offene Mikrofon ist unser besonderes Markenzeichen und es darf natürlich auch heute nicht fehlen. Es findet während der Demonstration hier auf dem LKW statt und ihr könnt euch alle dort gerne melden. Wir können heute auf unserer 10. Herzdemonstration nur einen Schuss ziehen. Unsere Bewegung muss weitergehen. Sie muss sich höher entwickeln, quantitativ und qualitativ und daran arbeiten wir beharrlich. Wir sind sicher, unsere Zeit als Massenbewegung wird wieder kommen und wir sind gut darauf eingestellt. Wir wünschen uns allen eine erfolgreiche, kämpferische und optimistische Herbstdemonstration, die jetzt beginnt.